So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet und zwar haben wir den Event-Kalender für Januar schon da, was mich ein bisschen überrascht. Normalerweise waren wir es gewöhnt, dass Niantic das im Prinzip bis zum letzten Moment zurückhält. Ich habe jetzt nach den Feiertagen damit gerechnet, irgendwann die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, dass das dann mal rausgehauen wird. Jetzt ist es sogar noch vor Weihnachten da. Wahrscheinlich, damit die Leute jetzt wissen, was dann abgeht, weil sie während der Weihnachtszeit dann nichts mehr mitkriegen. Aber darauf haben trotzdem alle gewartet. Die ganze Zeit wurde wieder gefragt, Ramses, was kommt im Januar, was kommt nach Kyurem? Jetzt wissen wir es. Und ich weiß jetzt schon, dass das viele wieder, die Nationen werden gespalten, sage ich mal dazu. Die einen werden sagen, so ein Scheiß, so was langweiliges. Die anderen werden es gut finden. Ich sage euch gleich, was ich davon halte und was überhaupt kommt. Wir haben natürlich zuerst wieder den Feldforschungsdurchbruch. Momentan gibt es ja noch Kapuno im Feldforschungsdurchbruch. Und ich würde auch sagen, wartet nicht auf den Januar-Durchbruch. Gönnt euch noch Kapuno, so oft und so viel wie geht. Denn als nächstes gibt es Onyx im Feldforschungsdurchbruch. Und Onyx ist jetzt ein Pokémon. Das ist an sich ganz cool. Ist ja aus der Kando-Region. Das Shiny sieht cool aus. Das Shiny hat generell sowieso eine erhöhte Shiny-Rate. Das ist geboostet. Onyx zählt als so eins. Aber er ist jetzt nicht unbedingt das nützlichste, krasseste, beste. Und ich meine, es gibt so viele Events, wo dann Onyx schon rumgesessen hat. Also ist ein bisschen schwach für einen Feldforschungsdurchbruch, sage ich mal. Trotzdem gibt es gleichzeitig auch Starlos Mega-Energie dazu. Was für manche vielleicht doch wieder ein bisschen interessant ist. Weil viele Leute jetzt auch gesagt haben, ja, kannst du nochmal Mega-Rates machen für Zuschauer mit Starlos und so. Wir haben das beim Release gemacht, als Mega-Starlos rauskam. Das Interesse war gleich null. Und jetzt tun sich die Leute wieder aus den Löchern rauskramen. Macht ihr nochmal Mega-Rates? Konnten wir jetzt nicht mehr anbieten. Ab Donnerstag natürlich. Also jetzt ist wahrscheinlich schon Donnerstag. Kommt dann auch Mega-Rex-Blissar schon wieder in die Raids. Wer also noch Energie braucht, könnte sie im Januar wohl dann auch aus dem Feldforschungsdurchbruch beziehen. Falls man noch ein Mega-Starlos entwickeln muss. Wie findet ihr den Durchbruch? Mir ist er eigentlich relativ egal. Selbst wenn sie da Legendäre reinpacken, kann ich meistens auch nichts mit anfangen. Weil die raide ich normalerweise. Es wird wieder die wöchentliche Box geben. Also dieses wöchentliche Bundle für eine Pogemünze. Dass ihr da einen Fan-Rate-Pass erhaltet. Guckt da immer mal rein. Guckt regelmäßig mal in den Shop. Ob vielleicht die alte Box, das alte Bundle noch drin ist für einen Pogecoin. Gönnt euch das. Die Leute sagen immer, sie haben keinen Fan-Rate-Pass. Kauft euch diesen einen Fan-Rate-Pass für einen Pogecoin. Es wird wohl möglich sein, einmal in der Woche wenigstens einen einzigen Pogecoin zu verdienen. Indem man sich in Arenen setzt oder so und wieder rausfliegt. Und dann kriegt ihr Pogecoins. Lasst euch das also nicht entgehen. Pokémon in Raid kämpfen. Das ist für mich immer das Interessanteste eigentlich an allem. Ich muss sagen, wir hatten jetzt an sich einen starken Monat. Mit Regiram, Shiny-Einführung, richtig gutes Pokémon. Die Leute sind abgegangen. Sekrom, Shiny-Einführung, richtig starkes Pokémon. Meiner Meinung nach sogar noch nützlicher als Regiram. Die Leute sind abgegangen. Dann kam Kiyure mit Shiny-Einführung. Das läuft noch ein bisschen gebückt, sagen wir mal. Aber ich hatte einen Hunderter. Ich habe von allen Hunderter gehabt. Ich habe jetzt immer schön XL-Baumoms gesammelt. Das war gemütlich. Ich hatte keinen Stress. Es war nichts Neues. Es war nichts, was man unbedingt als Hunderter sich jetzt raiden muss. Die meisten nehmen eh das Beste, pushen das. Für mich war es ein gemütlicher Dezember. Wie geht es jetzt weiter? Entweder startet der Monat, startet das Jahr neu oder weiterhin gemütlich. Und ich muss sagen, es wird ruhig. Es wird ruhig. Für die meisten wird es ruhig. Aber ich habe nichts gegen diese Ruhe. Denn nach Kiyurem, das bleibt bis zum 7. Januar in den Raids, gibt es vom 7. Januar bis zum 15. Januar Heetran. Und warum sagt man scherzhafterweise, ach im Endeffekt packen sie wieder Heetran in die Raids. Immer so zum Jahreswechsel. Als wäre Niantic wirklich so durchschaubar, so vorhersehbar alles, was sie machen, dass sie wirklich Heetran da reinpacken. Und sie packen Heetran da rein. Und alle wussten sozusagen, dass sie Heetran da reinpacken. Aber wollten das nicht. Und jetzt ist es so, und sie machen es wirklich. Als ob sie auf uns gehört hätten. Heetran, sag ich aber, okay, ist jetzt nicht unbedingt ein nützliches Pokémon. Ich finde es aber cool vom Design. Ich habe auch da einen Hunderter. Ich werde wie bei Kiyurem, die setze ich so auf ein Level, gemütlich meine 100 Raids machen. Werde da XL-Bombom sammeln. Werde meinen Hunderter dann hochziehen. Finde ich gar nicht mal so schlimm. Irgendwann kommt eh alles wieder. Dadurch, dass ich es schon als Hunderter habe, kann ich es ruhig angehen lassen. Und mache gemütlich meine Raidstunden. Sammle die 300XL-Bombombs. Heetran, feine Sache. Was danach aber kommt. 15. bis 4. Januar, also. Wie ist es für da vor allem? 15. Januar bis 24. Januar kommt Genesekt. Im Blitzmodul. Genesekt im Blitzmodul. Weiß ich nicht. Da ist mir Heetran an sich sogar noch lieber. Genesekt im Blitzmodul ist das erste Mal da. Dadurch, dass es das erste Mal da ist, gibt es das auch nicht als Shiny. Und es ist halt, man kann es nicht tauschen. Es ist ein mysteriöses. Und das interessiert mich eigentlich wirklich gar nicht. Also da werde ich wirklich, wenn da das Hunderter kommt, beim täglichen Raidpass, so zwischendurch, okay. Aber ansonsten werde ich da mich zurückhalten. Werde sparsam mit umgehen. Und die Raid Manias werden mitgenommen. Wird ja nur eine sein dann. Aber ansonsten ist das jetzt halt nix. Gibt es Genesekt-Fans unter euch? Schreibt es mal rein. Kyurem kann wenigstens Shiny sein. Heetran kann Shiny sein. Regi Ice kann Shiny sein. Der dann danach auch noch kommt. Aber Genesekt kann nicht Shiny sein. Ja, fragt auch nicht fünfmal. Kann das Shiny sein? Kann das nicht Shiny sein? Nein, es ist das erste Mal da. Und es kann nicht Shiny sein. Also danach geht es weiter mit Regi Ice vom 24. Januar bis zum 1. Februar. Und ich muss sagen, das finden viele jetzt auch wieder komplett sinnlos, nutzlos und blöd. Aber auch da werde ich, ich werde nicht komplett rein suchten. Aber ich freue mich auf die Raid Mania mehr als bei Genesekt. Und wenn da das Hunderter kommt, würde ich es sogar sehr feiern. Von Regi Rock habe ich jetzt einen Hunderter durch einen Glückstausch bekommen. Regi Ice als Hunderter noch. Für die Sammlung vervollständigt sich. Kann auch Shiny sein. Meiner Meinung nach sieht er trotzdem cool aus. Ich feiere den einfach. Also Regi Ice für die meisten also nutzlos. Genesekt nutzlos. Heetran nutzlos. Und Kyurem war auch schon nutzlos für die meisten. Da gibt es viele Hater, die sagen, so ein Schwachsinn. Aber ich, mir hat Kyurem gut gefallen. Heetran freue ich mich drauf. Regi Ice wird mir auch Spaß machen. Genesekt, da gehe ich aber mit euch. Obwohl Genesekt auch seine Fans hat. Mega Raids. Wir wissen ja also, dass dann ab dem Donnerstag jetzt Mega Rexblieser reinkommen bis zum 7. Januar. Und vom 7. Januar bis 1. Februar, also wirklich fast den kompletten Monat, gibt es Mega Aerodactyl in den Mega Raids. Ob das nützlich ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde Aerodactyl an sich ganz cool. Das Mega Aerodactyl finde ich komplett hässlich. Muss ich sagen. Gibt es natürlich dann auch wieder als Shiny aus den Mega Raids. Könnt ihr dann wieder Mega entwickeln. Wir werden wieder Mega Raids für Zuschauer machen. Für mich ist es auch ein neuer Eintrag dann. Ich werde wieder sammeln, bis ich ein männliches Shiny und ein weibliches Hunderter oder andersrum entwickeln kann, dass ich den Mega Decks komplett wieder vervollständigt habe. Also da werde ich da mitmachen oder für mich oder hin und her. Ist auf jeden Fall ein Ziel. Freue ich mich trotzdem drauf. Auch wenn es vielleicht dabei bleibt, wenn man es einmal entwickelt hat, ist es wieder egal. Interessiert es wieder keinen mehr. Die Raid Stunden sind also hier aufgeschrieben, aber die Daten sind eigentlich egal. Ihr wisst, jeden Mittwoch ist eine Raid Stunde und es sind halt nur vier Wochen. Das heißt am 5. Kiurem, am 12. Heatran, am 19. Genesect, am 26. Regieis, wenn die Daten überhaupt stimmen. Jeden Mittwoch eine Raid Stunde. Es gibt keine zwei von einem. Es gibt alles nur einmal in der Raid Stunde. Nicht zu viel. Nicht zu lang, finde ich. Eigentlich auch okay. Pokémon Rampenlichtstunden. 4. Januar. Monozyto. Nicht als Shiny, aber mit doppelten Verschickbonbons. Ist an sich ein selteneres Pokémon. Kann man ruhig mal mitnehmen. Viele werden da die Entwicklungen noch nicht haben. 11. Januar. Dick da. Als Shiny. Mit doppelten Fangsternstaub. Das wird wahrscheinlich dann wieder die interessanteste Stunde sein für die meisten wegen dem Staub. Ist auch ein Kando-Pokémon. Okay. Dann 18. Januar. Plusle mit doppelten Fangbonbons. Und am 25. Januar Minun mit doppelten Verschickbonbons. Diese Verschickbonbons haben wir also zweimal im Januar. Kein EP-Bonus diesmal. Alles dreht sich um Bonbons und dann um den Staub. Okay. Plusle Minun beide dabei. Beide als Shiny Dicta dabei. Ich finde glaube ich die Monozyto-Stunde trotzdem am besten, weil ich finde das ist das coolste Pokémon von allen. Community Day. Im Januar Wismarjahr haben wir ein extra Video drüber gemacht. Also am 16. Schreibt sich in den Kalender. Seemobs. Was ich auch sehr feiere. Cooles Pokémon. Kriegt hoffentlich eine sehr fette Attacke. Man weiß jetzt noch nicht wie gut die dann ist. Und man kann es endlich entwickeln. Ein Winter-Event mit Schal. Nicht entwickelbar. Dann entwickelbar. Ansonsten gibt es noch ein paar Events. Die werden wieder so stellenweise kurz davor angekündigt, was genau das jetzt dann da betrifft. Wir wissen nur, es wird noch ein Neujahrsevent geben. Vom 31. Dezember bis 4. Januar. Aber das werden sie ja jetzt demnächst extra nochmal ankündigen, was da alles dabei ist. Das Berge von Macht steht noch hier als ein Event vom 7. Januar bis 13. Januar. Und ein Event zum Kraftwerk in Kando vom 19. Januar bis zum 1. Februar. Ihr könnt euch das schon mal irgendwo aufschreiben oder notieren. Da startet ein Event. Da startet ein Event. Da startet ein Event. Und kurz bevor ihr seht, ah, da muss bald ein Event starten, wird es dann natürlich weitere News geben, was genau dieses Event beinhaltet, welche Pokémon kommen neu, welche Shinies werden veröffentlicht, welche Boni gibt es und so weiter. Also drei Events auch im Januar extra nochmal. Äh, Seemobs, IC Day, finde ich ganz cool. Monozyto, ja, kann man mal mitnehmen. Hier freue ich mich auf viel Abwechslung. Auf einmal Rates für Zuschauer vielleicht am Wochenende von irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, egal, mega Aero-Kack-Sprüh dabei und ansonsten, jo, Heatrain Level 50 Max sehe ich schon kommen. Schreibt mal rein, wie ihr das findet, auf was ihr euch da freut und fragt mich nicht, hey, weißt du schon, was es im Februar gibt? Wir sind immer noch im Dezember, jetzt wisst ihr, was im Januar kommt. Lasst den Januar erstmal auf euch zukommen. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wo ist denn hier der Ausknopf? Ciao. Ciao. Vielen Dank.